Ich bin Eva Kessler und zusammen mit Anja Kerschkewitz, Felina Lewitz und Paula Reißig bilden wir das Performance-Kollektiv Frauen und Fiktion. Wir sind eine Kostümbildnerin, eine Szenografin und Regisseurin, eine Medienkünstlerin und Fotografin und eine Schauspielerin und angewandte Theaterwissenschaftlerin. Und wir versuchen eben diese verschiedenen Bereiche in unseren Performances sichtbar zu machen. Für das Puff werden wir unsere Performance You Are A Weapon nochmal auf die Bühne bringen. In You Are A Weapon haben wir uns mit dem Thema Frauen und Gewalt auseinandergesetzt und uns zur Aufgabe gesetzt, Frauen zu porträtieren, die wir als Angreiferinnen betrachten können. Vielen Dank. Untertitelung. BR 2018